Hallo und herzlich willkommen bei unseren Buchtipps. Heute möchten wir euch das neue Buch von D.B. Blättenberg vorstellen. Falkenjagen Eine grausame Mordserie hält Bangkok in Atem. Da der zuständige Polizeiapparat überfordert scheint und ihr Bruder als Leiter damit unter Druck gerät, zitiert die Tochter des Generals den Privatermittler Farang herbei. Er soll inoffiziell nach dem Täter suchen und ihn eliminieren, denn die Morde müssen aufhören, damit der öffentliche Druck nachlässt. Die ersten drei rituell hingerichteten Opfer sind Deutsche. Doch an den Tatorten werden Briefe auf Neugriechisch hinterlassen, in denen es um einen legendären Griechen aus dem 17. Jahrhundert geht. Dann wird ein Mitarbeiter der griechischen Botschaft ermordet. Bei seinen Nachforschungen findet Farang heraus, dass es dem Mörder offenbar um eine alte Schuld geht, die weit in die deutsche Vergangenheit zurückreicht. Falkenjagen erschien bei Pentragon